Einen wunderschönen guten Tag meine werten Freunde was geht und willkommen zu diesem neuen Video. Ich hoffe ihr seid mir nicht zu böse wegen der unregelmäßigen Applaus auf dem Kanal. Das Ganze ist halt wie gesagt, die Jahresprüfungen und so stehen an und ich muss sehr viel lernen und deswegen kann ich auch nichts aufnehmen. Aber ich habe für euch jetzt ein altes Video bearbeitet, das umgeschnitten war und ich hoffe sehr für euch, dass es euch gefällt, denn es war doch sehr aufwendig. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr mehr von diesem Video sehen wollt und wenn ja, dann würde ich mich sehr gerne für euch drauf und dran setzen, um mehr dazu zu bringen. Und gebt mir gerne Feedback bzw. Tipps oder Ideen, wie wir dieses Projekt bzw. dieses Format nennen wollen. Vielen Dank und bis, keine Ahnung wann, ah ja, kamitendo und jetzt viel Spaß mit dem Video. Moin Leute, was geht und willkommen zu diesem Video von Terraria. Ähm, was ich euch auf jeden Fall sagen will, dass ich heute ein bisschen Terraria spiele, wie man hier sieht und meine Facecam zu groß ist. Ich suche ja eh nur Sachen, also ist das nicht so wichtig. Nein, aber was ich sagen will ist, ja, einmal dass ich hier einen schönen Begleitergubus habe. Zweitens, dass ich Schleime suche, so wie das. Und sonst, ja, würde ich halt ein bisschen mit euch hier spielen. Ähm, ja. Tut mir leid, wenn ich gerade nicht so viel rede, aber ich konzentriere mich hier gerade sehr. Naja, aber ähm, sonst würde ich sagen, dass wir auf jeden Fall auf unserem DiscoZover beitreten. Also, dass ihr dem DiscoZover beitretet. Ich werde den Link unten, dort, irgendwo in die Kommentare schreiben. Einfach die angebimmten Kommentare anschauen. Und das übrigens dort hinten, das ist mein gesamtes Zimmer. Ja. Ja, mein Zimmer. Ich habe leider kein Green Screen, den ich mir auch noch leisten kann. Aber trotzdem würde es mich freuen, wenn wir die 1000 Abos dieses Jahr noch auf YouTube erreichen würden. Und wenn wir vielleicht auch, oder was ist das für ein Schleim? Ganz normal Schleim, okay. Und wenn wir dieses Jahr vielleicht auch die 4000 Stunden Wiedergabezeit schaffen. Denn dann kann ich besseren Content bringen. Und das wäre schon auch nice. Aber dann, sonst werde ich jetzt mal sagen, ich erkundere ein bisschen den Dschungel und sage ein paar Sachen. Also, ich weiß, es ist jetzt nicht gerade das Unterhaltsamste, mir einfach beim Fliegen zuzuschauen und so. aber das geht halt jetzt nicht anders, weil ich Sachen suche. Aber dann, was ich noch ansprechen wollte, genau. Der Channel Newsletter. Ich weiß, manche von euch wollen ihn, aber er kommt nicht. Und das liegt daran, weil ich halt schulisch ein bisschen sehr viel zu tun habe. deswegen kommt er jetzt nicht direkt in den nächsten Wochen. Vielleicht kommt er nächste Woche vielleicht auch nicht. Aber, naja. man kann ja nie wissen, ne? Was bist du eigentlich? Regenbogenschenschleim. Na ja, ähm. Aber, was ich sonst noch sagen wollte, bevor das Video jetzt leider schon zu Ende ist, dann ich mache mit euch unbedingt die 1000 Abonnenten und die 4000 Stunden Wiedergabezeit schaffen. Damit wir zusammen dann besseren Content haben können. Und damit ich auch für euch bessere Sachen machen kann. Ich schaue noch schnell mehr, was hier drinnen ist. Und dann werde ich die Folge. Ich schaue noch schnell. Untertitelung des ZDF, 2020